jetzt kommt ein mann meine damen und herren der mit sicherheit zu den zehn bekanntesten deutschen gehört ja kaum einer hat so einen hohen bekanntheitsgrad wie er ich muss ich mich setzen bevor ich ihn ankündige meine damen und herren weil sonst kommt mir der name nicht über die lippen ja und außerdem ach ich habe hier außerdem noch hier habe ich von ihm persönlich bekommen ja hier gucken sie mal hier was hier draufsteht auf der seite wenn sie wissen wollen warum heino diese brille trägt so meine damen und herren hier ist der wunderbare aufkopierte seite reichte heino heino herrschen willkommen so ich gib mal gas der wunderbare einzig echte heino ich stell mich nochmal so damit das so 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 ja die brille ist ja die gibt es in serie ja die gibt es nur im heino raters café aber die brille kann man kaufen die brille kann man nur kaufen in badmünster eifel im heino café aber das ist eine sonderanfertigung oder gibt es hier eine größere auflage ja ja na es gibt eine ganz kleine auflage nur für das heino hat das café wenn diese auflage weg ist dann bestelle ich es wieder neu das heino rathaus café in badmünster eifel ja hat jetzt wie vieljähriges jubiläum acht jahre haben wir acht jahre gestern gehabt ja und da stehst du selber hinter der tägliche ich bin viel da und natürlich nicht wenn ich bei dir bin kann ich natürlich nicht da sein jetzt will ich auch sowieso schon zu nein also ich bin immer fast jeden tag da wenn ich hier gerade irgendwo auf tournee bin oder eine veranstaltung zeige ich dir da auch fußballspiele nachmittags äh nein wir haben da nachmittags gar keine fußballspiele gesehen weil die erst um viertel vor sechs anfangen und um sechs Uhr machen wir zu wie um sechs Uhr macht ihr zu um 18 Uhr ist ein heino raters café zu wie von neun bis 18 Uhr gibt es nicht so eine happy hour oder sowas ne 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 jetzt kannst du nicht sehen dadurch ne ja doch ich kann schon ganz gut sehen ja aber nicht viel halt jetzt siehst du die wahrheit ja steht mir aber auch ganz gut oder ja könnte ich öfter mal mit rumlaufen ja du hast einen neuen Song gemacht ähm und zwar Deutschland ist pleite heißt der ja ich bin das ist richtig ich bin von äh Düsseldorf nicht von Düsseldorf von Badmünster-Eifel ja nach Köln gefahren ins Studio und da hörte ich gerade im Radio eine alte äh ein altes Lied von Hans Albers was er 1946 also vor sechs ne ne vor 46 Jahren gesungen hat und der Titel hieß äh er hieß damals Johnny ist pleite und dann habe ich überlegt und den Titel ein bisschen geändert und dann habe ich daraus gemacht Deutschland ist pleite ich habe nur eine Zeile geändert sonst ist der Text original und ähm ich habe zwar eine zweite Strophe dazu gemacht dass die Menschen in Deutschland mal wieder Mut bekommen zu konsumieren Achso das soll Mut machen? Geld aufzu...ja ja natürlich Geld auszugeben und äh Am besten im Heino-Rathaus-Café nicht nur im Heino-Rathaus-Café überall ja okay überall in der Wirtschaft ja und äh wollen wir uns mal kurz spielen ja da muss ich aber erstmal die Gitarre für sehen Moment so äh Oh du hast eine Gitarre na selbstverständlich habe ich eine Gitarre ich bin immer bestens vorbereitet äh bisschen wieder so ne nein ist das eigentlich die echte Heino-Stimme oder verstellst du die auch ein bisschen zum Singen? ne ich habe die noch nie verstellt ne das ist schon die echte ich kann ja auch so ein bisschen ich hab das schon la 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 das letzte Hemd hat keine Taschen besorgen das letzte Hemd ne doch geht es so? ja ist sicher ja ist sicher okay das ist richtig A D Dur ne das letzte Hemd also okay genau okay du fängst an ich versuch dir zu folgen musikalisch okay das letzte Hemd hat leider keine Taschen man liebt nur einmal 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 auf der Welt drum lass uns schnell den kleinen Rest verprassen im Himmel braucht der Mensch bestimmt bestimmt kein Geld du hast heimlich geönt du hast heimlich geönt du hast heimlich geönt oder? Ja, ich interessiere mich dafür, ja. Das Interessante ist ja, wir haben es ja so oft nicht gesehen in unserem Leben, ja, aber ich glaube, zwei von fünf Malen haben wir uns in Amerika getroffen. Ich war noch nicht oft in meinem Leben in Amerika, weiß ich, vier Mal oder so, und zweimal davon treffe ich Heino, 1994 in Chicago. In Chicago, ja. Erinnerst du dich? Ja, klar. Und dann vor zwei Jahren etwa in Las Vegas, beim Boxkampf, sitze ich da, war ich eingeladen von Premiere, wer sitzt auf einmal neben mir? Heino. Ja, dachte ich, was ist denn da los? Ja, und das Rathauscafé gibt es seit, jetzt seit acht Jahren und beim fünften Geburtstag vom Rathauscafé, wer war da? Stefan Raab. Genau, da war ich nämlich da, bei Heinos Rathauscafé und hab mal ein bisschen, ja, Stimmung gemacht. Aber gute Stimmung. Gute Stimmung. Ich möchte Ihnen das nochmal zeigen, meine Damen und Herren, falls Sie es damals verpasst haben. Drei Jahre ist es her. So, ich bin der Heino und heute hat mein Rathauscafé in Bad Münstereifel fünfjähriges Jubiläum. Und hier sehen wir schon mein Rathauscafé. Begrüße Sie recht herzlich in meinem Rathauscafé. Hallo, wie gefällt es Ihnen in meinem Rathauscafé? Wunderbar, wunderbar. Gehen Sie? Sie können jetzt was gewinnen, wenn Sie erkennen, was am folgenden Lied falsch ist. Ja? Okay? Geht los. Passen Sie genau auf. Blau-Weiß ist die Haselnuss. Blau-Weiß bin auch ich, bin auch ich. Blau-Weiß muss mein... Bitte was? Schwarz-Braun. Wie schwarz-braun. Ist die Haselnuss. Ja, ja, so grün, 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 Blau-Weiß. Ja. So, ich kriegte die ja normale Weiße. Sie haben ja nichts erraten. Ja, sicher, ich habe doch gesagt, wie Sie am Singen waren. Blau-Weiß. Nee. Achso, sehr vieler. Der hatte gut, komm, ungefähr. Für Sie. Eine Pulle-Doppelherz? Ja? Aber auf Ex. Sehr gut. Welches Lied von mir hören Sie lieber? Ähm, einsatzte Teenage-Dirtback oder... Ja. Ist ja schlimm. Was ist schlimm? Das hört sich schlimm an. Was hört sich schlimm an? Ist doch keins von high, ne? Was kanns von high? Nee. Oder ist das, ähm, sagen wir mal, äh, walk this way. Auch nicht. Der singt keine Französischen. Der singt nur Deutsch. So, dann wollen wir jetzt mal alle zusammen ein Lied singen. Ich habe ein Original-Heinu-Lied ins Englische übersetzt. So, und Sie müssen immer, wenn ich, wenn ich Ihnen sage, wenn ich so mache, müssen Sie immer... Okay? Ich habe ein Original-Heinu-Lied übersetzt. Das geht so. Achtung! 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 Bitsch, 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 B Du siehst aber selber auch dort, oder? Gehst du so ein bisschen rund durch die Tische, wie ich das gemacht hab? Und singst ein bisschen Lieder? Nein, 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 ich hab mit dem Kaffee noch nie drin gesungen, höchstens draußen. Wir haben hier eine Veranstaltung, aber drinnen nicht. Aber die Leute wollen, wenn du Kaffee bringst, bringst du doch mal Kaffee? Ich hab schon Kaffee gebracht, ich hab schon Kuchen gebracht, ja klar. Ich hab auch schon selbst Kuchen gebacken im Kaffee, aber selbst hab ich ja einen Service für, das mach ich nicht mehr. Ach so, aber nicht, dass einer sagt, hier, Heino, Kaffee und jetzt sing mal einen hier. Ach ja, ne, singe nicht, aber Kaffee bringen wir auch schon. Also das ist ja nichts, ist ja nichts Schlimmes. Jetzt kommen wir wieder zu unserem TV-Total Blind Kick. TV-Total Blind Kick. Und heute begrüßen wir die Teams von Italien und Bulgarien und unseren offiziellen DFB-Schiedsrichter Jürgen Aust. Herzlich willkommen. Ja, gut, ich glaube, wir haben schon mal die klassischen Klischees der beiden Länder erfüllt, ja. Hier auf der Seite das bulgarische Team und hier die Italiener, meine Damen und Herren, eindeutig an den Frisuren zu erkennen, wenn man das mal kurz nahe zeigen kann. Großartig, oder? So, und wir hören erst einmal, wir hören erst, Herr Aust, wie geht's? Äh, alles klar? Alles klar. Ja, ich hoffe, Sie pfeifen heute wieder ein anständiges Spiel, ja. Mit Sicherheit. Schauen Sie genau hin. Sie wissen ja, Spucken ist bei der Europameisterschaft ja schon zweimal vorgekommen jetzt. Es wird doch im Nachhinein geahnt. Ja, ist allerdings schwer, wenn man nichts sieht, ja, den Gegner anzuspucken. So, meine Damen und Herren, wir hören jetzt die beiden Nationalhymnen. Bitte erheben Sie sich von den Plätzen für die Nationalhymnen, meine Damen und Herren. Für die Nationalhymnen der beiden Länder. Wir beginnen mit der Nationalhymne von Bulgarien. So, das war die Nationalhymne von Bulgarien. Und jetzt hören wir die Nationalhymne von Italien, meine Damen und Herren. Das waren die Nationalhymnen der beiden Länder. So, wir werden... Heino, wir gehen schon mal auf unsere Plätze. Ich geh da rüber. Genau. Heino geht dort rüber auf den Hochsitz. Und ja, in exakt 20 Sekunden, meine Damen und Herren, beginnt das Spiel. Hier noch eine kleine Information für Sie. So. So, jetzt läuft ein Spot gerade noch. 20 Sekunden. Sagen wir, wann der zu Ende ist, oder? Alles klar. Zehn. Zehn. Die Gummistiefel. Sicher hättest er. Ja. Ja, da sind wir wieder, meine Damen und Herren. Hier sind wir wieder zu unserem TV-Total Blind Kick Italien gegen Bulgarien. Das Spitzenspiel von morgen. Heino, weißt du die Regeln? Nein, noch nicht. Wie? Also, beide Mannschaften können nichts sehen. Das hast du schon gesehen, oder? Ja, das habe ich gesehen. Wenn ich das so sehe, sehe ich das so richtig. Genau. Und dein Team, die Bulgaren, hören nur dich. Deine Kommandos. Ah, ja. Du musst deinen Spielern sagen, was er zu tun hat. Du musst sagen, Stürmer rechts, links, vor, zurück, unten schießen. Ja, ja. Und wenn du dem Torwartkommando geben willst, musst du sagen, Torwart hinlegen, Torwart runter, Torwart rechts, Torwart links. Gut. Verstanden? So einfach ist es. Wollen wir loslegen? Und wenn du nichts sagst, bleibt der Spieler stehen. Ja? Wenn du rechts, 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 rechts sagst und dann hörst du auf zu reden, bleibt der Spieler stehen. Okay. Okay, du hast mich verstanden. Ja. Dann geht es los, Herr Aus, bitte pfeifen Sie die Partie an. So, vor vor Stürmer vor, Stürmer vor. Stürmer links, 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 links. Rechts, rechts. Zurück, zurück. Dann nach hinten hinlegen, Tag! Zurück, zurück, Torwart, 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 links, links. Stürmer rechts, Stürmer rechts, geradeaus. Mit links jetzt voll abziehen, voll abziehen. Torwart hinlegen, rechts, links, 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 links. Jetzt vorschieben. Zurück, Torwart, jetzt rechts, rechts, rechts. An der Bande entlang, nach rechts, mit dem Ball. Schießen nach rechts, volle Super nach rechts schießen. So. Torwart nach vorne, Torwart nach vorne. Torwart, Torwart! Hey! Torwart links, rechts, rechts, Torwart rechts. Stürmer nach links. Stopp, stopp, stopp! Torwart links, Torwart links, Torwart links. Stopp, stopp stehen bleiben! Ach so, mal ein Stürmer, ja. Heino, nicht Schumöhn! Ja, ja, ja. So, okay, unser Anstoß. Okay, Stürmer vor, Stürmer vor, 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 genau. Weiter vorne, geh weiter vor, geh weiter vor. Jetzt zieh ab mit links. Stürmer ganz zurück, ganz zurück. Jetzt stürmer nach rechts. Stürmer nach rechts. Zurück, zurück, stürmer. Stürmer jetzt vor. Stehenbleiben, stürmer nach rechts. größt hin bis rechts. Stürmer nach rechts. Stürmer nach vorne, Schießen. Und jetzt zurück, 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 zurück. Guckt nach rechts. Und mit links schießen. Stürmer nach zurück. Stürmer zurück. Stürmer nach Schießen. Nach rechts. Stürmer und nach rechts. Stürmer schießen. Das sieht aber schlechter aus mit Italien. Heino, du hast doch heimlich geübt. Ich hab... Und vor, 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 stopp, stopp, rechts, 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 rechts. Stürmer nach vorne. Stürmer nach links. Und schieß, mit rechts, mit rechts. Ne, nochmal, nochmal, nochmal. Nein. Stürmer zurück. Stürmer zurück. fort, fort, bis schieß los, komm. Stürmer zurück, stürmer zurück, stürmer nach rechts. Mit rechts, zur Seite kicken, zur Seite kicken, stürmer zurück. Stürmer zurück. Ne, 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 ja. Zurück, 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 zurück. Wir roklst, zurück, 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 zurück. Zurück, zurück, zurück. Stopp, stopp, stopp. Ok, weiter bitte. Stürmer schießen. Stürmer vor. Stürmer schießen. Stürmer vor. Stürmer nach vorne. Schuss. Schuss. Mit rechts. Mit links. Da spiel ich's aus. Sehr gut, Heido. Eine sehr spannende Partie. Du hast eigentlich genügt, oder? Ja, ja, klar. Vielen Dank, Herr Schuchter. Die Bulgaren gewinnen. Ja, meine Damen und Herren. Die Bulgaren gewinnen 2 zu 1, wenn das morgen so ausgeht. Dann rasch jetzt in Italien, meine Damen und Herren.